Moin moin, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Vor-Royer. Es hat mal wieder ein bisschen gedauert, aber es kommt mal wieder eine Runde. Ha, hier guckt, zack, Kali. Das heißt doch was, das geht hier jetzt richtig rund. Ich kack's dir hier voll rein, ich seh's kaum. So. Kali. Kali, 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 Kali. Nee, da ist mir irgendwie 5 drin. Guck mal gucken. Würst du dir gehen? Ein bisschen am Leggen. Oh, den jetzt mal. So. Oh, shit. Leg. Ja, genau. Oh, shit. Sneaky place, hier. Sneaky place. Sneaky place. Du, 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 du. Da muss ich gehen. Wir machen das aber echt spannend, wa? Was ist der andere denn? Na toll, ich seh' hier hat nicht mehr lebt. Ich hoffe, er ist sich bewusst, dass er planten muss. Okay. Was ist das hier jetzt? Er verliert die Runde einfach. Blöde sind zu planten, oder was? Was ist mit den Leuten los? Wissen die nicht, was Explosive ist? Denken die wirklich, man muss sich hier gegenseitig killen, oder? Manchmal. Das ist los. Oh, da leckt er mich um. So was riecht mich halt einfach auf, ey. Also nicht das umlegen, sondern so, so, weiß ich nicht. Ich hätte doch zehnmal planten können. Check ich, so was check ich einfach nicht. Keine Ahnung vom Spiel, oder was. Schön festgewirkt. Boah, du, das ist ja hier echt spannend, muss ich ja echt sagen. Jetzt wechsle ich genau in dem Moment, wo der gekillt wird. Junge, 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 Junge. Okay, du schläfst ja echt bei ein. Oh, oben Sniper ist ja komplett behindert. Boah, was ist hier los, ey. Check das nicht mal, von woher wurde er abgeschossen? Ach ja. Campen sich da fest. Bis zum geht nicht mehr, Alter. Ja, ich hab ja auch fast gekillt. Oh, egal, ist von der Flash, oder nicht? Ey, komm, auch so ein Kindergeburtstag hab ich kein Wort vor. Bin doch nicht bescheuert, Alter. Dann kommt er natürlich rum, wenn ich da offensichtlich stehe. Nee, falsch, da. Ja, der defused. Oh, Mann, ey. Muss er ja auch, sonst verliert er ja. Bin da jetzt echt zu viele, ne? Ja. Oh, mein Gott. Ich denke, man wird nicht gesehen, oder was? Oh. Boah, Alter, da bin ich aber noch rechtzeitig ausgerechnet. Boah. Oh. Oh. Schmidt. Echt ne langweilige Runde Ja, leckt mich wieder um Schieß nicht mal, Alter Ha, aber sind zwei 9er KD Mhm, ja Genau, so sieht das aus Muss ich mal irgendwie ne Runde Deathmatch spielen Ich find das halt Richt kacke, wenn man nur zusieht Nicht nix mache So, haben wir hier nicht irgendwie Da kackt mir das doch bestimmt schon wieder ab Will ich nicht hoffen Will ich nicht hoffen Mustang Ein wilder Mustang Noll Ist das ne unsichtbare Wande oder so? Könnt ihr nicht treffen Was war das denn? Ich hab ihn ja noch gesehen Wieso kann ich ihn gerade nicht treffen Mal guck, der steht hier jetzt auch Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn getroffen Ich hab ihn nur gegessen Ich hab ihn ja noch nicht gemacht Ich hab ihn nie gehört Ich hab ihn nicht gelöst Ich hab ihn neu geändert Ich hab ihn nicht geändert Nein, das ist nicht Okay, ich sehe da keinen mehr Genau, schon wieder ein zweites Mottag Ist es doch nervig Okay, ich sehe da nicht, ich sehe da nicht 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 Das war ja nur bei Urban Ops und Battlegroup Ich sehe da nicht, ich sehe da nicht Ich sehe da nicht Ich sehe da nicht Ich sehe da nicht Ich sehe da nicht, ich sehe da nicht Ah, ich sehe da nicht Von daher liegt Der sitzt da echt an der Kante am Mann aber Ich weiß nicht wo der sitzt Ich konnte ihn nicht sehen Ach ist das bitter, den ich nicht sehen kann Let's go! Ich würde sagen, das gibt's doch gar nicht So, der ist auch da Der ist auch da Ich glaube da oben ist einer noch auf Der war aber auch nicht fast zu der Kante am Mann Da ist die MP4 war was zu ungenau Wollte ich ne XM8 oder so? Kleine MP7? Besser ist ne XM8 oder ne Sniper? Ja, hehehe, witzig Das ist nicht Das sitzt nicht drin Mein Kind Mein Kind Bisschen Amo nachholen Two left side Üż Ich den Atklich Uiuiuiuiuiu Leber right side als left side Da läuft schon gar nix Aua Oh, in die Nase juckt Oh mein Gott, man Steht da gar nicht mehr Aber ok Aua Ist nur Geht Geht Es ist nie Geht 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 Was? Wie viel Schuss frisst der denn noch? Scheiße. Besser die andere Dragon reinpacken. Das war seltsam. Sonst wäre das ja auch nicht wahr, wenn das nicht seltsam wäre. Ja, ja, ja. Enten schießt schon einer. Da ist auch schon einer. Hey. Wo kommt der denn her? Alter, ist da keine Sau in der Mitte? Oder wo sitzen die alle? Wie kann ich sagen, ist der da einfach durchmarschiert? Wir müssen den Weg nehmen! Wir müssen den Weg nehmen! Komm von rechts her, oder? ja genau dann gibt er mir nen Headshot dass da so kummel raus Was ist das? 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 Eine Runde Deathmatch, Kali und Miriam. Passt. Das läuft doch. Ah, was ist das? Das war ambitioniert. Was ist das? Was ist das? Das ist das? Das ist das? Ruine. Ruine. Das ist das? Oh, was ist das? Oh. 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 Oh mein Gott, ist die Waffe crazy. Oh mein Gott, was ein Skiller mit der Waffe. Holy shit, ey. Oh mein Gott, ist die Waffe. 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 Wow, natürlich. Wie viel Schuss habe ich getroffen? Mindestens 10 oder so? Oh, oh, oh. Ja, das sind so italienische Tanten. Aber das war's doch. Ja, Jungs, leider kein gutes Ende. Aber so ist das nun mal. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.